alter ja ein bisschen cool ne da höre ich immer wenn du am kauen bist ja kann nichts dafür ich weiß so diesmal habe ich auch den richtigen controller ja hast du kaputten ja den richtigen kaputten alle kaputt aber stell dir mal neun ja damit er wieder kaputt geht oder was ach okay weil du brauchst ja neun weißt du neun heilen nicht kaputten heilen oder den oder mich verarscht ich dachte gibt mitte der luft sorry er hat ihn vor mir mitte daher weil wir zerstören ich habe kein bus ich habe nur gefällt beide das ist gut nein 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 nicht rausgekommen da ist die wand an der ich bin die ganze zeit verfehlt alter ja das liegt daran nicht ich sehe komplett gut aber ich habe ja ich habe ja aber keine ahnung was ich da gedrückt habe ich fahre mal zurück und jetzt kontaktor sagte ne geht rüber da ist es siehst du schön das ding ja geprescht nice leader acht spiel mit dominos so wird das gemacht dass das so was du hast ja ich habe da ich sehe das jetzt erst recht da jetzt drauf achte ich habe gar nicht mehr dran gedacht dass das hier gendert hatte der siegut aus der siegut aus ja ort instead fast explodiert alter der explodiert schon wieder nicht naja habe ich auch gemerkt ich bin zu schnell okay ich so schön nicht schönes ding ich zerstören auch scheiße ich bin ihn davor gefahren ich wollte eigentlich andersrum haben macht sonst genauso schön da ist schon okay luft decke bitte man ich war wieder ticken zu spät da geht er wirklich was alter ich dachte wer drin mit dem mit der ecke ich dachte geht wien alter da muss man sein so wäre fast als hätte ich jetzt noch weihnachten drin er geht nicht was aber kein weihnachten drin ich habe mehr weil ich meine das ist alter habe ich dich auch noch mit gerammt sorry ein bisschen ich bin zu lang gedriftet alter hast du es gesehen ja ich habe noch gestoppt wo bist du bist du schon wieder zurück reicht das schön mann der kommt ja noch dran mach ihn wie sie denn schöner pass dass er da vorhin wieder noch dran kam naja okay von der perspektive sah das easy aus er ist ja auch noch einen neuen titel gar nicht drin welchen neuen titel von unserem turnier sieg kaps h9 den ich jetzt auch drin habe ich habe keinen muss hier so die mitte nehmen auch nur warum fahr ich raus warum mache ich das hier noch hier ist diesen 14 turnier geholt ja gut das habe ich den habe ich nicht drin deswegen frage ich dich ja warum ich wusste gar nicht dass ihn hat jetzt keine ahnung habe ich schon ganz wieder vergessen nee aber ich habe ja meistens habe ich den rennen weil das habe ich jetzt aber ja ich hier verkehrt dann auch mal rein ja okay okay man ja habe ich gepresst mit ihm mittel zerstört ich wollte ihn zerstören nicht gut diese ja ich habe noch ein bisschen blocken können wenigstens scheiße ich voll zu lang da war du drauf schade fack und noch einmal dubbeln krieg zu den ja aber gut ja war okay ja ist heute erstes spiel ich bin nicht mehr dran ja da gut dran vorbeigespielt ja ja gut gekriegt ich habe ihn noch gespielt aber leider zu doll glaube ich habe liegen lassen aber da sind sie schon wieder war ich bin auf die gleich war hoch ja ich war hoch in dem bus bitte auch shit ja da war ein bisschen zu dumm zum mittel also das schießen von mir war nicht aber kannst du mitnehmen der geht schön mach du ich hab nur 14 bus schade ich dachte er spielt ihn ich wollte halt nicht blocken ein bus ich habe kein bus gar nichts ach scheiße das drin jetzt wird es knapp machen gerade kann man machen nix auch nämlich server man ja 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 schade er hat ja noch so ein lachritz wird ja nicht so lachritz oder was lachritz 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 ja so it is jetzt geht das wieder los hier rocket league rack fest ja zerstören zerstört werden zerstört gehabt haben es ist die selben ich jetzt sorry ich wollte direkt nach vorne pierce ich komme nicht mehr dran ich lasse für dich ja fahr doch weiter mach du ich hatte gern hast du auch den 100er genommen oder nicht ja aber erst hatte ich noch mittel mittel ich bin fast noch mal berührt oh gott ich spring daneben scheiße habe ich nicht gerammt gekriegt ja der hat ihn nicht alter auf über fürs rückwärts so nicht mein freund habe ihn gerammt schießen scheiße kein schmack ist er wollte hier ist hier ist hier ist hier ist wenn jetzt auch geil schön ja da war jetzt es schon nicht drin war was was wir das für blitz die ball da nobody knows habe ich den boost genommen jetzt deiner und fahr naja die 100 oh nicht gut ich bin mit nach vorne der geht auch nicht rein der geht nicht nein ich dachte es wird reichen nein oh glück gehabt ja ja oh nein oh nein oh nein nicht getroffen er will ich zerstören ich war schön ausgewichen war der ein muss jetzt wenn ich schon wieder akku ja jetzt wenn die akku das wenn die pc weggerammt aber ein gerammt geklaut ich hab ein bisschen ich war drauf ja ok ich wollte gerade ich habe zwei rücksierer gemacht aber macht nichts oh gott nicht gut auch so easy schön aber kein boost mehr jetzt auf null bin mitte ja ich komme noch nicht dran er hat mich weggerammt oh ich wollte dich nicht weggerammt sorry ist das schon wieder toni alles anstrengend scheiße nur 26 ich wollte auch noch mit aufstellen bin vorher gesprungen er kommt deiner ich habe ein fallrücksel gemacht alter die eike alter ja man das ist meine aufgabe hier kannst du mir nicht meine aufgaben hier wegnehmen und da spielt der andere den hat er den Arsch gerettet nein ich stand so dumm ich bin schon gefallen ich wollte da nicht am Pfosten stehen bleiben aber ich bin runtergefallen fuck fuck so ein bullshit jean komm noch von mir ich wollte ihn nur weggerammen und ich den Ball auch noch man man geh rein nee oh gott wo schieße ich hin verdammte scheiße nee ich habe dumm liegen lassen also weiter geht holen die das 1 zu 0 schönes Ding jawoll sowas geplant jawoll sehr 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 schön ich habe meinen Wecker vergessen oh mein Gott ganz wichtig Wecker wofür hast du was in den Packungen gepackt hast für ein anderes Spiel Wecker für ein anderes Spiel ja da endet die Rangliste jetzt in 20 Minuten und 10 Minuten vorher endet die Rangliste und ich wollte mich da eben auf dem ersten Platz neun schnell pushen ah ok ah so unbedingt Deiner? ja da oh man ja er war mit mir dran ah pass auf der andere fliegt ich wollte gerade sagen Rami weg schade hätte auch anders klappen können ja aber der andere auch habe ich ja er hat boost schade nein ah schade ich dachte ja ich wollte ihn auch jetzt weiter nach rechts aber das stammt ein bisschen zu weit links äh rechts das stammt zu weit links zu weit rechts zu weit links zu weit rechts der du drauf ich bin hinter dir jetzt da noch scheiße jetzt zu weit nach rechts Mann ich bin zu langsam deiner ja mehr ging nicht ok holt du dir den Boost komm nicht mehr dran aber er der Team ist nicht da er ist uns bei allen haben wir nicht ohne Grund einen Wecker gestellt Eike ja der hat die Bälle da immer auch schönen Boost weggenommen nein doch hast du oh ja ok den Boost ja aber ich hab vor allem im Schiff oh mein Gott schön fuck und Lob Mann gibt's nicht doch bei Roller und Rock nicht Mann 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 sag ich hier die ganze Zeit ja aber ich hab mein Knie verdreht schon wieder Fahr Vollgas schönes Ding Yes da ist es ihr klein Affen haben wir so platt gemacht waren das die Elf Alter ja das waren die die siehst du gleich an dem Namen auch wieder ah ne siehst du ja jetzt nicht aber siehst du jetzt gleich bei dem Teamnamen darunter darunter über den Spielern mein Gott der Teamname ja ja ich weiß nicht oder auch nicht waren die das nicht ich meine die waren das ich glaube nicht oh ich glaube nicht ups ok tschüss ok ich dachte das wäre nie der erste der sah vom Namen aus tschüssi danke für's zu sehen